Was kümmert's dich? Ob ich schwul, bi, hetero oder asexuell bin. Ob ich Mann, Frau, trans, inter oder geschlechtsneutral bin. Ob ich konservativ, liberal oder Kommunist bin. Ob ich Krimi, Science-Fiction oder Fantasy-Fan bin. Meine Identität ist meine Sache, deine ist die deine. Vielen Dank für's Zuschauen. Deswegen ist ja ganz willeng durch already have undอก uns protective die Bühne zu leben, dass der Bühne der Bühne der Bühne des Hatels mehr, Urges 항, kom interchange. Vielen Dank.